Weihnachten ist eine irre Geschichte und sie beginnt mit einer Volkszählung, um besser Steuern kassieren zu können. Typisch Staat. Und Kaiser Augustus setzt den Hebel auf Go. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Gott, wir danken dir, dass du nicht auf Abstand geblieben bist, sondern zu uns in diese Welt kommst. Wir leben in ungewissen Zeiten gerade im Gastgewerbe. Du verbindest dich mit uns durch deinen Sohn Jesus Christus. Auch er wurde in eine schwierige Zeit hineingeboren. Wir bitten dich um deinen Segen. Steh uns bei in dieser Zeit und sei bei den Verantwortlichen dieser Welt, dass sie sich von deiner Weisheit leiten lassen. Amen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.